So, 2.15 Uhr habe ich jetzt. Hier noch eine Fahrgeschwemmung. Zeig dir was dann? Was? Jetzt. Leider nicht. Das ist so. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie den Zügen der Grundsatzfahrt und wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. 30 km Fahrt hier werden wir noch nicht zerstört. Was? Das ist perfekt gestanden. Ja. Ich verstehe. Das ist immer noch schön. Tja. Prost. Das ist immer nicht mehr. ist noch schön. Jeder ist größer. Nein, könnte es sich da als 10 km Humm Alf, zitieren. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Nächster Halt, Großkneifendorf. Ausstieg in Fahrt Richtung rechts. Ich habe hier einen Schärmel nach vorne geholt, ja. Ich habe einen Schärmel für den Tag. Achso, das geht gut. Achso, das geht gut. Achso, das geht gut. Achso, das geht gut. So, super. So, super. Zwei Teilekabel, das hätte man gesehen. 13,6 Kilometer Das hier nötig die Ecke hier Willst du den Kioning setzen? Ja, ich mach mal den Kioning Achso Das schweigert sind Achtung, der nächste Halt ist ein Bedarfshalt Bitte drücken Sie rechtzeitig die Halt-Taste im Türbereich Was war das? Ausstieg im Halt Was ausstieg ist? Wolfgang Kirstrein Und Hotelzug Wir werden nach oben Einfach ein Haltzug Wir wurden auch noch gezogen Ja Wir müssen nach oben Ich schlage da oben um ein Zelt zu bekommen Schlagsack ist das Ding gehalten Ob da noch Hab ich hier noch nach links Oha So der Fußgänger Ja, ja, ja Das ist sehr schön Das ist schon ein bisschen höher Als üblich Bedarfshalt Also schön, weil das ist ja auch nicht so. 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 Ich fahre ich da noch mal einen Kurs, die wir bei der Anpassung aufstellen. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Der hat ziemlich kurz gekreitet. Das ist ja schon schnell schnell. Das ist ja auch nicht so. Vielleicht und hier. Das ist ja eine. Aber jetzt ist der Auszeit. Ja, wir brauchen alle 100% Plätze bedingt. Das kommt der Liste, das sind dort. Ja, und dann kann man nur einschalten. Genau. Das ist ein bisschen herrlich zu sein. Schön herrlich. Schön. Ja. Jetzt guck er sich die Aussicht auf. Was ist der Seil der Berg herrlich? Nehmen Sie sich noch! Ja, eine gute Handlung! Nehmen Sie einen Messer vor. Natürlich. Nichts. Jetzt kommt der L-I-Fahrt auf dir. Eine gute Raleale in Belgen. Ja, das ist auch ruhig. Ja, oder jetzt? Machst du? Stimmt. Polkrippe, er. Geht's gefühlt der Gang? Stimmt. Bei der Rundhof höchstgeschwindigkeit der Strecke wird die Ähnlichkeit zum N81 2. Die Sand fährt aufgelen. Diese jetzt fährt er wieder langsam 20, ja, da steht er drauf auf dem Schild beim ja, bei 11,1 Nächte Halt, Bad Lauchstedt. Ausstieg in Bad Richtung rechts. Aber was ist das für eine Maschine dort? Achso, Anschlusskreis, ja. Jetzt über das nächste ist ein Anschlusskreis. Mit zwei GmbHs. Oh, da ist noch eine Weiche. 30, 20. Hier noch eine richtige Kilometer steuern. Hier ist auch eine Strecke. Siehst du, da werden wir einfach geradeaus gehen? Ja, wenn man schon auf dem Fahrrad steuern möchte. Da habe ich auch schon überlegt, wie würde ich das vorgesehen haben. Dann kann man das nicht wieder wettbewerben, dann kann man das nicht zeigen wollen. Ach, nee. Und du, natürlich nicht mehr. So. Ja. Was soll ich tun haben? Nein. Ich meine nur, ich bin nicht mehr gefreut. Ich konnte ja nichts tun. Ja. So, es war nicht mega, ich bin nicht mehr gefreut. Aber wie viel? Ja, ich hatte noch ein bisschen. Ja, was du? Ja. Wie viel? Ich bin nicht mehr fern звучit. Ja, ich bin nicht mehr fern. Ja. Ja, das Literally war das hier. Ich bin nicht mehr nicht. Wie viel das hier? Ich bin nicht mehr fern. Ich bin nicht mehr fern. Nein, nicht mehr fern! Schadenschein 50 km H-Tafel, auf der rechten Seite dort. Schicken wir doch einer an, die Weiche. Die Weiche, die Weiche. Die Weiche, die Weiche. Die Weiche, die Weiche. Die Weiche, die Weiche. 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 Wenn das nicht so gut sein wird. Super, wenn die einen Einzelhaus in die kleine Scheibe. Sieht aus ein bisschen anders aus. Die wurden hier neben den Kurs. Die werden ja auch langsam abgesichert. Obwohl der Opulettenfluss durch die Hirn Normalität ist. Weil es hier nicht gesetzt ist. Das heißt, er muss zusätzlich abgesichert werden. Der ist bisher eine weltweite, wenn er die sozialen Spiegel ist, weil er noch nicht in Deutschland wie er hier anscheinend ist. Ich meine, woanders man proben kann, obwohl er... Ich würde sagen, alle Ränder, man proben kann, dass es funktioniert, wenn er sich auch noch hat. Genau, sie sehen jetzt gleich. Ja, hier wird die Gewande über Jahre noch davor gehen. Das ist total bescheuert eigentlich, ja. Und den kann man eigentlich eigentlich machen. Ich würde sagen, entweder oder es ist wirklich eine technische Anlage, noch gerade zusätzlich wird, wird noch von seinem Glück. Das ist ein bisschen gescheuert. So, jetzt kommen wir die Anlage. Ich würde sagen, dass wir hier vorne sind. Okay. Ich wüsste ich auch nicht, was ich sage. Die Zähne ist auch. Wie geht es? 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 Vorne wäre ja auch ganz gut, ey. Ja, aber hier ist so laut. In denen nimmt man schon einen Zehn. Da kann man sich wissen. Kann ich was hier machen? Zehn? Ja. Das ist wirklich so. Ich hatte das nur noch mal gepackt. Das ist schon mal offen, ich bin bei mir. So, jetzt kommt die Wunderstand. Was ist das denn? Unerwennbar jetzt ein bisschen. Guck mal am Abend. Unter biskeit, das ist ganz enormer Randband. Wusste es so? Wie in der heutigen Zeit? Tatsächlich. Ich glaube, manchmal am Abend. Die Gieselfahne Es wird eine sehr gute Frage Die Rettungsstörer Das sind wir noch auf Sie verbringen die Posts, ja Das scheint die Sprecher besser Festpunkte sind hier vor der Melden Wir kommen jetzt zur Vorstellung Die Aufsteigerung kommt jetzt in die Aufsteigerung. Hier ist eine MBG-Maschine der 156 Meter. Da gibt es nur vier Stimmen. Sechsachsige Maschine aus den 19 Jahren. Der Füberg steht in der Front. Der letzte Entwurf. Die Strecke wird ansonsten durch die Erlebnis. Dann geht es weiter nach Kante, aber nur noch nicht. Jetzt sind wir zu viel. Sie sind wirklich frei. Wir wollen hier ganz schön. Das ist ein Ausstattung. Von der Gamm geht es weiter nach Kante, aber nur noch nicht. Ja, das sieht so aus. Was ist das denn? Brunnerwerke stehen da drauf. Achso, dann fahrt die Fahrt vorbei an den Brunnerwerken. Also interessiert er doch nicht mehr. Ja. Das ist ziemlich lange vor. Das ist so. Nächster Halt. Brunnerwerke. Ausstieg in Bad Richtung Leben. Wechseln. Auch so ein bisschen der Hochzeitseerhafen, ne? Genau. Und dann fahrt die Hochzeitseerhafen. So ein SKF-Begs, der da jetzt aussieht. Das ist jetzt auch so. Das ist ja so. Und dann fahrt die Hochzeitseerhafen. Brunnerwerke steht hier drauf. Ist doch interessant eigentlich hier. Ja, aber auch nicht. Ja. Ja. Was ist das Ziel für ihn einmal eben mit den... ...nächsten von den Zeiten? Einen. Einen. Ja, weil es ja öffentliche Ausgang ist. Ja. Ja. Über die öffentliche Straße. Ja. Ja. Und dann kamen die Hochzeitseerhafen. Ich würde mich in die Gäste. Wie Alkohol. Einen. Ja, oder? Oh, denn ich sehe hier noch, das... Ich hätte hier eine Flasche Bier. Ach hier vorne, siehst du, hier beginnt ja das Herbst. Ich bin in zwei. Mit diesem fahren. Wir sind zwei der Schäuze. Da sind zwei… Da weiß man nicht. Obwohl das Birthday sind nicht. Siehst du, das ist ein Bahnsteig, der hast du neu aufgeschrieben. Ja, genau. Mit so einer Haltestelle her und dann mit den Zweiden hier. Auch eine sparbare Erntepflicht. Das gibt es ja heute ganz oft. Am dritten Leister in dem Boden ist es auch immer. Es ist einfach nur der größte Witz der Boden. Man muss eben auf dem Boden bleiben. Ja. 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 Oh, jetzt sehen wir es ja. Genau. Haut erreichend aus. Das sind die beiden. Endlich auf der enthalte Stelle. Endlich. Ja. 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 Ja, aber da muss ich das haben. Genau. Ja, ja. Du packst das schon wieder ein. Wenn du wieder austackst. Ja. 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 Ja, ja. Das ist wieder eine neue Weiche. Okay, also mit 100 ist sie nicht mehr fahren, weil das 20 ist. Das ist wirklich eine andere Sprache. Ich dachte von der Baumkampagne, das war doch 100. Ich dachte, es wäre nicht. Danke für dich. Die alte Schwellen. Ja, aber die war nicht weggebrochen. Betongeschwellen. Genau. Genau. Die kann man kaum reparieren. Das war so das Problem. Metallbewerbungen. Holzspäße. Sind wir hier nicht vielleicht sogar rübergefahren? Das ist da hinten. Ja, natürlich sind wir auch da vorne. Das ist das zweite. Wir sind jetzt rübergefahren. Ja. Sogar mit Schutzweich. Ja. 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 Wie geht es? Ja. 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 Ja, ja. 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 Wir fahren jetzt bald hier oder verbringe ich die Stunde hier und fahren mal nach Hade rein. Achso, also wenn ich den Park oder was? Nein, wir müssen mal steigen. Wieder in die Bedingung zugegeben. Achso. Sechs? Ja, ich steige jetzt gleich. Ich werde auch nicht verbringen. Ich werde mal nicht so sagen, da muss ich etwas anderes tun. Wo ich Kajak fange mal auf dem Bahnhof, müssen wir weggehen. Alles ist gleich hier wie Chris. Ja. 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 Ja, es ist jetzt ein Bescheid. Ich bin aber noch ein bisschen zu lernen. Ja. Das stimmt, dass man in der Zeit überhaupt nicht mehr zu lernen kann. Aber es ist ja nicht mehr zu lernen. Alle Leute, die alle nicht mehr zu lernen. Ja. Das ist ein Argument. Ah, hier wird es gleich genau, das kann hier ein bisschen sein. Also es ist so einfach ein sehr gutes Moment von der Nähe. Ja, auch das ist so. Auch das haben wir keine Ahnung. Genau. Ah, das ist so. Also die sind bei der Spastner, die die O-Sendverschleunung ist auch okay. Ja, das stimmt, hier können wir uns eine Fahrbahn ansteigen. Hier ist es reingekommen. Ja. Ok. Noch eine Ansage. Ich habe ja um das Beste bitte ein Betaufschirm. Das ist ein Wiener, das ist ein Wiener, das ist ein Wiener und das ist ein Wiener. Der Wiener und die Uhr bis zu drei Wochen. Das ist ein Wiener. Das ist ein Wiener, das ist ein Wiener. Also das ist ein Wiener und die Uhr bis zu drei Wochen. hier haben wir noch die Abwehrmacht, die wir haben wieder abhalten lassen. Das ist ja nicht der Weg. 80 und das werden jetzt noch nicht stehen. 80 zurück. Und dann auch noch bei der Spannengreis, bei der Kiste ist der 1.80, das ist der 1.60, dann 2.80. Die Sitzung endet noch, bitte alle aufsteigen. Sehr geehrte Fahrgäfte, wir danken Ihnen für die Fahrt mit den Zügen der Burgenlandbahn und wünschen Ihnen, dass wir Ihnen offenthalte. Vielen Dank.